um ja hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ja heute sind wir zu einer behinderten App der Welt, Seedropper und Solo Plays ist auch dabei er schlägt ihn erstmal ja ok, danke so jetzt sind wir quitt, jetzt haben wir beide neun Herzen hier gehen wir jetzt mal schnell wieder das heißt, guck mal die gut die gebaut ist, da hinten ist noch Erde frisch ok hey nicht sprinten, ich kann nicht sprinten ich bin mit Blocklauncher, also ich mit 1 hey, sprinte trotzdem oh, das ist unfair ich bin erster und krieg die Diakiste vielleicht gibst du dir kein Diak, man kann nichts nieten hi unmöglich du wechseln ne warte bitte, wo mach den scheiß Sprint wohl raus ich benutze den da auch nicht mehr, ok? nur da hin zu kommen der Ende oh, sehen wir noch ein bisschen an ja warte doch wo müssen wir eigentlich lang? ist das hier, ist das das Ende? ich weiß ja nicht oh, ich werde schon wieder verkackt mach mir da Wasser hin, mach das größer deswegen ja, die behindertste Map der Welt die ist wunderschön guck mal hier, man kann doch gar nicht von da oben hier ins Wasser springen nee, das geht nicht aber, was ist das für eine Map? die ist wunderschön und da sind ja auch noch überall Kackstreifen und diese Welt ist einfach gar nicht scheiße oder so ähm, ok, wo geht es eigentlich weiter? war das das Ende? ja, das war das Ende ne, warte was ist das für ne Map, Alter? das kann, hä? das kann doch nicht das Ende sein was ist das Ende? guck mal guck sie mal stell dich mal jetzt hier bei mir stell dich mal jetzt zu mir guck mal, guck da hoch das war alles, was in dieser Map gebaut wurde dankeschön, für diese tolle Map warte mal, ich muss einen kleinen Squirt machen, Alter der beste Map der Welt hier oh, Alter Alter, was? der Cheater sieht einfach Saren jetzt ich gar nicht nein, man sieht gar nicht die hier hinten in der Hand ich kann mir nix Cheaten, das ist unfair Cheater und ja, ja nicht töten Baby Aua ok lol ich bin, ich bin grad hier unten gespawnt, ne? mhm hier unten ja und dann mal hier weit hier oben weißt du, ich kann sogar stehen ich bin Jesus ja, du bist nicht gefehlt, du hast oh 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 no der Aachen macht so weißer Albi lang ooooh ha 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 oh ne, mein Launcher ist wieder aufgeschmiert ok hola, ja tschu mach mal nen Cut und dann dann sehen wir uns gleich bei der nächsten Mal wieder ja, tschüss ne ne, das war's mit dieser Folge folge ok haut rein mach's gut bis zum nächsten Mal xialmism xialmain fest xial jaką xial x jial